Liebe Kolleginnen und Schüler der Hinden-Lange-Schule, möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns alle sehr, dass Sie heute für uns musizieren. Vielen Dank. Das habe ich erkannt. Also, das war doch nichts. Dear Sir und Madam, on behalf of the pupils of the Hinden-Lange-School, I would like to welcome you. We are all looking forward to hearing your music. Thank you very much. Ich habe es schon gehört, es wurde lange beraten, aber dann hat man sich auf Englisch mit Telefon-Jobber geeinigt. Mesdames et Messieurs, les élèves du lycée L'Hinden-Lange-Schule, vous soyez la bienvenue. Nous sommes heureux, que vous soyez là pour pouvoir jouer avec nous. Merci. Ja, aber wir sind noch in Bereichen, wo auch ich mich noch auskennen. Jetzt könnte es eng werden. Gentile, Signore, Signore, Nome de tutti, vi allune, allune. Wir sind willkommen in der Schule der Hinden-Lange-School. Wir sind glücklich, dass Sie hören, dass Sie die Musiker-School-Jobber geeinigt haben. Vielen Dank. Wir haben uns auch Spanisch geeinigt. Wir sind, also wir haben vier von vier möglichen Punkten gesehen, oder? Jetzt geht's los. Signore, 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 im Nome dos Estudantes, Liebe, Mesdames et Messieurs, nous sommes tous les éleveurs de l'Hinden-Lange-School. Nous voulons vous souhaiter vous souhaiter. Nous sommes heureux de nous, que vous êtes heureux de nous aujourd'hui. Merci. Die Bassgruppe möchte sich einen Punkt verdienen. Kroatisch. Kroatisch? Serbisch. Die Bassgruppe bekommt 300 Euro im Monat abgezogen. Dann haben wir drauf, sie können datortieren. War richtig? Kroatisch und Serbisch. Also es war super. Du kriegst nichts abgezogen, aber auch keinen Punkt. Weiter geht's. Das ist eine super Einstellung, weißt du das? Wir freuen uns von Verlangen und Kollegen. Wir lieben euch alle Liebe. Wir lieben euch alle lieben. Sie machen uns Musik. Wir lieben uns sehr. Danke dir. Die Bassgruppe haben sich einen Punkt verdient. Sie haben gemerkt, dass es Türk ist. Das ist ein Punkt, dass man macht und eso macht. Aber es bleibt. Das ist ein Punkt, das ist ein Punkt. Herr somebody, die Bassgruppe hat gesagt, Ich bin in der Schule, ich lehne in der Schule, und ich sage mir ein großes Spassiver. Ich habe es mit Spassiver geteilt. Russisch. Und aufgeregt ist gut, weil das ist gut. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich glaube schon. Ich habe eine Idee. Entschuldigung, wir sind die Gäste. Günter Jauch, fünf gewinnt. Und dann schreit Günter Jauch. Ich meine, der hat immer eine Idee. Nein, die müssen es wissen. Was war es? Pakistan? Pakistanisch? Indisch? Das gibt Gehaltsabzüge. Nein, nein, wir sind noch dran. Noch eine Idee? Arabisch? Tamilisch? Tamilisch? Ich habe es schon gehört. Ich muss zugeben, ich habe geschummelt. Okay, das war superschwer. Okay, die nächste bitte. Wir alle anrufen. Wir sind in dem Schulammel. Wir sind bekanntlich. Wir sind vier, die Insel in der Schule gebrochen. Wir sind offenbar. Wir sind sehr dankbar. Wir sind wirklich froh. Wir sind total mit dem Schulz möglich. Wir haben uns nur treffend gitarren. Wir sind gebrochen. Wir haben uns sehr dankbar. Vielen Dank. Alles Gute. Bitte notieren, Linian kannst du mitschreiben. Danke. 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 Ich habe ein mehr Chinesisch für die Kinder. Vielen Dank an euch.